Viel Spass bei «Kick-Off» wünscht? «Sporttipp» – die Schweizer Sportwette. Wie parat ist GC für das Kauerduell? Was ist der FC Thun ohne Dennis Hediger? Wie hat der FC Luzent die Niederlage gegen den FC Sion weggesteckt? Das sind Fragen, die wir versuchen, Antworten darauf zu bekommen. Grüße miteinander, willkommen auf dem Teleclub. Willkommen zu der Sendung «Kick-Off». Von Fussballern und von Gästen, die wir danach begrüssen durften, habe ich einmal gelernt, das wichtigste Spiel ist immer das nächste Spiel. Und die 21. Runde der F1 Super League präsentiert sich voll mit dem Marcel Luzent. Er spielt zuhause gegen Lugano, ebenfalls am Samstag in St. Gallen, gegen Thun, dann die drei Sonntagsspiele, Basel gegen Sion, GC gegen Xamax und Ben Rangboys gegen FC Zürich. Unsere heutige Sendung begrüße ich ganz herzlich Beneluti. Beny, schön bist du hier. Hallo. Und Philippe Montando, altbekannte Gesichter. Willkommen Philippe. Hoi Stefan. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste, oder? Stimmt's auch. Alte Weisheit. Diese zwei habe ich auch davon gelernt. Reden wir über IB gegen FC Zürich, Beny. Endlich ausverkauften Letzigrund in der Europa League. Und dann 1 zu 3 gegen Neapel. Du darfst verlieren, weil du aber das erste Goal so überkommst, wie sie es haben bekommen. Dann mag ich behaupten, dass das Spiel in eine komplett andere Bahn gelenkt. Für mich war es ein klassischer Spiel gegen eine grosse Mannschaft aus der Schweiz. Du hast es gut mitgehalten am Anfang. Okay, wir können vielleicht etwas machen. Dann machst du eigentlich einen Fehler. Und dann weg ist es. Und dann hast du wirklich eine Mannschaft von der Skarbe spielen. Und dann ist es echt zu 3. Ja, es ist echt quittig. Und mich jetzt nicht überrascht in diesem Sinne. Es war schade, dass das erste Goal blöd war. Von dir habe ich gelernt, dass nicht immer nur der Goalie der Affe ist im Umzug. Wenn ein Fehler passiert, wie so ein Goal von Yannick Brecher. Es ist ja der Verteidiger, der mitschuldig ist. Ja, wenn wir es jetzt wieder sehen. Es ist klar, schlussendlich macht der Brecher einen Fehler. Man muss es heutzutage von einem modernen Goalie erwarten, dass man den Ball stoppen oder zumindest wegschlagen kann. Aber wenn man es genau anschaut, der Pass von Maxwell ist einfach ... Entschuldigung, ist einfach nicht Europa League 16. Final würdig. Er holpert, er bringt ihn aufs Goal an, anstatt er ihn nebenher spielt. Er temperiert, dass er eventuell, wenn er unter Druck kommt, auch wegschlagen kann. Aber schreiben uns alle natürlich über eine Goalie. Das ist selbstverständlich klar. Wir wollen ein wenig bei dieser Thematik bleiben, weil ich über das Rückspiel reden will. Die Schweiz ist in dem UEFA-Ranking, das über mehrere Jahre zählt, aktuell auf dem Platz 16. Wenn man dort bleiben würde, und das heisst, Zürich muss mindestens einen Saisonentschieden in Neapel machen, wenn man 16 bleibt, dann hat das ganz viele Konsequenzen. Man hat statt fünf nur vier Mannschaften in der Europa League. Der Schweizer Meister geht nicht mehr in die Champions League Playoffs, sondern in drei Qualirundinnen. Mit diesem Hintergrund, und dass Cillo Gannepo immer wieder sagt, wie wichtig das die Europa League ist, auch für den Schweizer Fussball. Schont er gegen EIB? Was glaubt ihr? Steine These? Ich kann mir das nicht vorstellen. Nach einem 3-1 kann ich mir nicht vorstellen, dass man so einen wichtigen Match hat. Es ist alles eng miteinander in der Mitte der Schweiz. Aber in Bern kannst du abhaken. Nein, das ist doch ein falsches Zeichen, wo wir sind. Seien wir mal ehrlich, jetzt sind wir in der zweiten Runde oder dritten Runde der Super League wieder. Man hat eine Vorbereitung gemacht, man ist fit, man ist voller Energie. Also sollte mal drinnen liegen, dass man ein, zwei englische Wochen miteinander hat. Klar sind das anstrengende Zeiten, auch mit der Reise und alles. Aber das sind Vollprofis, die sind durch trainiert. Die haben jetzt im Januar sicher nichts anderes gemacht, als sich auf ein Top-Level gebracht physisch. Und da sehe ich absolut keinen Grund, wieso sollte man reden, in diesem Sinne ein Spiel zu Bern abhaken. Spielberechtigt wäre der Grégory Sertic. Er kommt von Marseille, ein 29-Jähriger. Mittelfeldspieler, wo man immer wieder Kritik küssert am FC Zürich, das Mittelfeld sei zu jung. Was kann denn eine Stabilität, was kann denn ein Leadership darin bringen? Ja, er kennt sicher von Marseille. Ein ganz anderes Umfeld kann vielleicht das ein bisschen reinbringen. Eine gewisse Erfahrung, gewisse Klasse am Ball, eben aus Frankreich, ausgebildet worden. Eine junge Mannschaft, dieses junges Mittelfeld, so einen Mann zu bringen, ist sicher ein kluger Schachzug. Ich kenne es persönlich nicht. Aber er bringt sicher gewisse Klasse und eine gewisse Breite, weil es mit diesem Programm vielleicht auch nicht so schlecht ist. Der Gegner IB. Klar, jetzt hat man gegen Thun im Derby zwei Punkte auf der Strecke gelassen. Weiterhin passiert nichts. Rentevertrag aber diese Woche für Christoph Speicher. Also ein Sportchef mit einem Vierarztvertrag. Ist das nicht der Tagesordnung, Philipp? Nein, aber es ist ein langfristiger Plan. Man sieht, dass es funktioniert. Seine Sporen hat er abgedient. Dementsprechend hat er sich auch gegenüber dem Verband für einen Verein becommitted. Und sie haben ihn damit belohnt. Schön für ihn. Nicht so schön für den Waro. Er ist bekannt geworden. Er fällt vier Wochen. Jetzt ist Rassel reingekommen. Klar, Penalti auch. Aber auch dort bin ich, glaube ich, offensiv. Same procedure. Bei IB habe ich das Gefühl, es kann einen Ausfall und es spielt keine Rolle. Die Stabilität ist so gross. In allen Reihen, im gesamten Verein, da hat es sogar Platz. Also Waro hat jetzt mal einen Monat eine Pause gemacht, weil er mehr Gitarre spielt. Das ist so, ja. IB gleich langweilig erfolgreich. Das muss man, ich so sagen, im positiven Sinn. Wir wechseln die Partien. Basel gegen FC Sion. Der FC Basel konnte zum wiederholten Mal zu Hause gegen St. Gallen nicht dreier reinfahren. Dank dem weltberühmten Basel-Dausel, wo es früher häufiger gab, konnte man da einen Punkt noch retten. Jetzt haben so viele Experten gesagt, Philipp, vor der Rückrunde. Der FC Basel, sechs Rückkehrer, die machen eine überragende Rückrunde. Was ist das? Ja, sie sind ja überragend gestartet mit den 4-0. Das darfst du nicht überschätzen. Nein, klar. Es relativiert sich immer noch. Und man muss ganz klar auch sehen, Basel hat Qualität, aber sie hat nicht die Qualität von früheren Jahren. Also sie sind immer noch wirklich auf einer Findungsphase mit dem Trainer. Das Kader hat noch nicht so Strukturen drin. Man hat jetzt wieder neue Spiele geholt. Es ist wieder ein bisschen mehr gekommen, aber dass sie eine überragende Rückrunde spielen werden. Sie werden eine gute Rückrunde spielen, da bin ich davon auch überzogen, aber in einer überragende. Ja, ich... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Mir ist schon... Als der Kölner kam, ich habe gesagt, jetzt geht etwas. Ich bin jetzt physisch... Das Problem ist viel grösser. Es ist strukturell, mit Misstömen, mit Fans, wegen dem Entscheiden vom Verein. Und dann ist das Kader aus meiner Sicht sekundär. Klar ist es entscheidend, wie gute Spieler du hast, aber wenn du so eine Unruhe hast, keine klare Richtungen hast, als Verein, dann nicht so kurze, kurze, kurze Sachen, nicht so viel tun. Es ist die Hauptprobe im Köpo, für den Köp4.Fernal, in anderthalb Wochen. Also für Sio ist das zweite Spiel gegen FC Pass viel wichtiger. Und für den Trainer. Ja, das ist bekannt, dass Sio dort unter den Köp4 auf ein anderes Level aufhebt, als vielleicht sogar die Meisterschaft. Nichtsdestotrotzen sind das zwei komplett verschiedene Matcher. Eine offene Partie für mich? Ja, das sehe ich genau so. Es sind viele Mannschaften bewegen sich momentan auf Augenhöhe und es ist viel ein bisschen Tagesform abhängig, vielleicht ein bisschen in einer Phase, in der eine Mannschaft sich bewegt. Es muss ein bisschen besser laufen, es muss ein bisschen schlechter laufen mit verletzten oder gesperrten Spielern oder eben nicht. Es ist ein 50-50-Spiel. Und was unentscheidend kann sein, wenn du in die Jockeli gehst nicht mehr unbedingt wie früher, der Gardero hast du schon verloren, wenn du zum Böss aussteigst. Der glaubt jeder doch. Ich habe es jetzt auch gut gedacht. Früher ist es wie so, mit einem Klatschen und heute ist irgendwie das Gefühl ganz anders. Philipp hat jetzt alles eng beieinander in der letzten Woche St. Gaulle hat eigentlich schon gewonnen. Für eine Mannschaft, die jetzt in die Jockeli kommt, ist es einfacher als früher, habe ich das Gefühl. Aus Sicht vom FC Basel der 2-Platz ist ja wirklich das absolute Minimum wieder in Ränderabrechnung. Aber Achtung! Also, viel Patzer wird es gegen St. Gaul und man muss dann nicht leiden. Ja, wie ich vorhin angesprochen habe und Benin das auch gesagt hat, viele Mannschaften, die sich dort zwischen Platz 2 und 7-8 bewegen, sind einfach rein qualitativ auch auf sehr engem Niveau und dementsprechend sie müssen den 2-Platz absolut nicht garantiert. Beim FC Silva ist es auch unruhig, wie ruhig es ist. Also, Jakin und Konstant haben sich zwei gefunden. Ja, das ist ein bisschen der Murri-Effekt. Und Konstant hat ihn schon lange wollen. Vielleicht mal auf Augenhöhe. Einer, der nicht die Abhängigkeit hat, ich brauche unbedingt den Job und ich brauche unbedingt das Geld, sondern einfach einer, der sich um die Sache geht. Und der Konstant, ich glaube, der schätzt das auch so. Eine gewisse Klarheit auf dem Posten und bekommt dann klare Ansagen von unten und kann klare Ansagen von oben geldern. Und der Murri zieht noch mit in die Mannschaft und das macht ihn klug mit einer Menschenkenntnis, die nicht viel haben in der Schweiz. Wir wechseln zum veritablen Abstiegsknüller. Grasshopper-Club Zürich gegen Xamax. Es gab einen neuen Spieler beim Grasshopper-Club, der Gaiubi. Und da weiss man so ein bisschen, das ist vielleicht Raubobadischa 2.0. Der schlägt ab und zu ein bisschen überstreng neben Platz. Und angesprochen auf den neuen Spieler haben wir Thorsten Finkel gefragt. Ist das euer absolut Wunsch-Transfer? Ja, auf jeden Fall. Das war jemand, den man hat kriegen können jetzt. Den man nicht kriegt, wenn es normal läuft. Das heisst, wenn er in Augsburg keine Probleme gehabt hätte, hätte man ihn nicht bekommen. Ich weiss, dass er ihn in Schalke noch haben wollte letztes Jahr für ein paar Millionen. Also von daher haben wir einen guten Transfer gemacht. Dass er die Qualität hat auf dem Platz, wissen wir. Er ist ein grosser Spieler. Er ist sehr schnell. Er ist sehr gefährlich für jeden Gegner. Und er kann den Ball festmachen. Und wir erwarten einfach, dass er das macht, was wir gesehen haben in der Bundesliga. Er ist sicher ein guter Kögler. Das ist klar. In einer Mannschaft, die es super läuft wie bei IBA oder bei anderen Mannschaften reinnehmen. Und jetzt in der Truppe einer, die der Finkel selber sagt, den muss man die Leitplanke setzen. Ist das Risiko? Absolut. Ich habe gestaumt, als ich es gehört habe, dass er ihn verpflichten will. Wir müssen doch ehrlich sein. Er war in der Bundesliga und war bei einem Top-Klub. Jedes Wochenende hatte er vor X-10'000 Zuschauer gespielt. Er hatte ein super professionelles Umfeld. Jetzt nicht respektierlich, kann man in die Schweiz. Man ist im letzten Runde drin. Es sind vielleicht 4-5'000 Zuschauer dort. Wieso sollte er bei GC funktionieren? Die Qualität, da bin ich absolut bei Thorsten Fink dabei. Die Kammerer der Bundesliga bringt absolut mit. Er zeigt nur über die Bereitschaft, dass er GC helfen kann. Ich mag das GC gewinnen, aber ich habe wirklich grosse Zweifel, dass das funktionieren wird. Also dieser Spieler müsste sich mal im Kopfschalter umlegen und sagen, klar, jetzt habe ich 4-5'000 Zuschauer, wenn es gut kommt, aber ich will meine Karriere neu lancieren. Also es liegt nur bei ihm. Ja, nicht nur bei ihm. Ein Spieler braucht eine gewisse Rahmenbedingung, eine gewisse Führung von Seiten, von oben, eine gewisse Leitplanung, so wie es Philipp gesagt hat. Und Thorsten Fink hat sich selber gesagt, wir konnten ihn nur holen, weil er Probleme hatte. Jetzt kommt er zu einem Verein, der schon Probleme hat. Also diese zwei Minus wären für mich nicht zu einem Plus. Und das bin ich auch gespannt, auch mit der Stadt Zürich, wo viele Verlockungen gebietet jetzt Frenau als Brasilianer. Ich bin gespannt, wie das dann rauskommt mit Cajubi. Thorsten Fink haben wir auch noch angesprochen, natürlich auf das äusserst wichtige Spiel gegen Xamax und haben ihn ganz einfach gefragt, was darf man von ihm jetzt erwarten? Man darf jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt Xamax überrollen. Also wir sind vorletzt da, wir haben jetzt was geändert, wir sind auch noch nicht eingespielt, aber man erwartet, dass wir nach vorne mehr machen als in den vergangenen Wochen und bis auf letzte Woche, das war für mich sehr gut nach vorne, dass wir uns immer mehr einspielen in der Abwehr und ja, dass wir einfach das Spiel gewinnen als Nächste und das gibt richtig Vertrauen für die nächsten Wochen glaube ich, gerade mit den neuen Leuten und mit einer neuen Stimmung in der Mannschaft. Ich spüre, dass dort etwas wächst und das kann man erwarten und nicht jetzt ein Zauber im nächsten Spiel. Jetzt müssen wir schnell helfen. Es sind ein paar Verletzte zurückgekommen, okay, die Konstellation im Training ist nicht immer gleich, aber im Februar, wir sind immer noch nicht eingespielt. Ja, sonst wäre ich immer halt die Flossklaus gepackt. Wenn es zwei neue Spieler kommen, muss man sich wieder einspielen und dann wieder einspielen. Für mich ist es eine gute Mannschaft, wenn einer hineinkommen und ein schönes Gefühl können, dass man es finden muss und jetzt im Februar, so wie es du sagst, neu einspielen. Und bei dieser Situation, zweitletzte und die und die Negativserie, das ist eine heikle Aussage und wir fällen immer ein bisschen Klarheit in diesen Aussagen, es ist immer ein bisschen flossklaft. Wobei bis jetzt hat er doch immer alles schön geredet und jetzt plötzlich sagt Achtung, wir fahren bei Gesammerk sicher nicht einfach drüber. Ja, das ist eine Sache, wie der Benny sagt, man verstrickt sich in gewisse Flossklafen, wir haben nicht eine klare Aussage, es ist alles schwammig. Es ist nicht immer gegen dich verwendet, egal ob die erstattung ist oder nicht. Ganz klar, man ist vorsichtig geworden, man sieht die Situation, man sieht auf Gesammerkse zu gewinnen. Sie haben einen Tränenwechsel gehabt, sie haben ein Erfolgserlebnis gehabt. Wie kommen die da hin? Wir sind immer noch in dieser Negativspirale drin. Es sind ja einige Spiele, die sie jetzt nicht haben gewinnen können. Und ja, es ist für mich nicht greifbar. Das Ganze ist noch nicht greifbar, was das GC vonstattenbringt. Ich war zwar sehr positiv überrascht auch vom Transfer von Rabe, der wieder zurückgekommen ist, der ihnen absolut wird im Offensivbereich weiterhelfen. Aber es ist, ja, durch die Aussagen merkt man, man versucht etwas, aber man muss sich auch nicht die Finger verbrennen. Spürt ihr den Gesammerkse? Ja, aufsteigend. Aber neuer Trainer, das musste sein. Es ist kein böses Blut, vergossen worden. Zwischen wem meinst du? Ja, mit dem alten Trainer und so. Es musste wie so sein. Und der Verein ist für mich stabiler. Er ist ein Aufsteiger. Sie haben ein kleines Budget. Sie wissen, woher sie gehören. Sie wissen, dass sie kämpfen müssen von Anfang an. Jetzt haben sie ein kleines Zeichen gesetzt. Und der Anschluss hat es noch kleine Zeichen. Und für mich eher positiv das GC. das coolste Zeichen war, dass er vor dem Match als neuer Cheftrainer mit den Verteidigerin einlaufen ging. Und nach dem Intro war er so emotional. Er hatte die Augenwasser. Als ich das Intro bei uns gehört habe, hatte ich das Gefühl, dass er nicht wie einen Trainer, noch wie einen Spieler. Wahrscheinlich spürt er dieses Spiel. Er ist sehr nah dran. Vielleicht lebt er das von früher, von seiner Karriere lebt er immer noch weiter in sich. Und wenn man rein eine solche Mimik-Geste von Ducat-Zell vorhin und von Anjo, wo natürlich brennt. Er sieht, dass er seine Chancen hat, wenn man ganz ehrlich sein, als Profitrainer sich dort etablieren kann, bringt er das Feuer in die Mannschaft hinein, die absolut nötig ist. Also, und da hat man wahrscheinlich einen Lundegrochen, da könnte etwas passieren. St.Gaue gegen FC Thun und die nächste Partie, die wir darüber reden wollen. Für mich hat sich der FC St.Gaue so klangheimlich. Da profitiert man, dass man über die Sammachs redet und so. Klangheimlich, 5. Platz, E-Punkte in Ihrem FC Zürich, so ein wenig unter dem Radar, Beni. Unter dem Radar und gleich dynamisch aus meiner Sicht, sie wechseln, sie wollen etwas Grösseres schaffen und das machen sie neben dem Alltag der Superliga. Und jetzt mit dem Wechsel vom Hüppi zum Souter ist mehr Ruhe eingekehrt eigentlich. Man hat einen längerfristigen Plan, man macht Wechsel, aber es entsteht etwas und dann kann man unter dem Radar ohne grosse Medienaufmerksamkeit dort langsam daran arbeiten und Punkte holen. Philipp kann auch vielleicht mehr dazu sagen. Für mich ist ein entscheidender Faktor an der Linie und das ist Peter Zeidler, der für mich sehr attraktiven, frischenden Fussball spielen lässt, fordert viele von den Spieler und sie haben auch gewisse Qualitäten, offensiv vor allem, die sehr dynamisch unterwegs sind. Was sie natürlich ausbremst, ist die Anfälligkeit in der Defensive, wo es einfach in der Vorwunde viel zu viele Gäle bekommen hat. Und das macht die Wellenbewegung beim FC St. Gallen, dass sie noch nicht so vielleicht dort sind, wo sie sich gerne sehen, aber sie sind auf einem guten Weg. Und da haben wir gegen Thun ist sicher auch etwas möglich, das ist auch klar. Der FC Thun. Ja, da hat man gegen IB im Berner Derby zwar einen Punkt geholt, aber man hat einen der wichtigsten Spieler in Sachen Leadership und mit dem Käpt'n Dennis Hediger verloren. Innenbandriss und Kreuzbandriss und der Kapitano vom FC Thun, der ist gestern operiert worden. Ciao Stefan. Du siehst, ich meine, wir vereinen, ich stehe nicht aus dem Fitnesscenter. Wir liegen da natürlich im Spital, gestern operiert worden. Aber alles ist gut gegangen. Schmerzen sind erträglich. Und jetzt geht's eigentlich los mit dem Weg zurück. Ich bin sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass ich wirklich auf allen Ebenen profitieren kann. Mental, körperlich, aber schlussendlich auch auf dem Fussballplatz werde ich sicher die Zeit gut nutzen. Die paar Monate wirklich einfach in mir selbst investieren und daran wachsen. Und besser zurückkommen und schlussendlich die Karriere der und die Zeit um die circa sechs Monate mindestens zu verlängern. Das ist das Ziel. Und dann natürlich die Mannschaft so gut so gut wie es geht unterstützen. Auch wenn es nicht auf dem Feld ist. Aber ich werde in dem Feld sehr viele Sachen machen können. Einzelgespräche führen, Redenkabine sein, schauen, dass einfach den super Thuner-Geist, den wir haben, dass der weiterläuft, dass wir die Saison so durchziehen und wir alle zusammen etwas zu feiern haben. Ich bin überzeugt, dass wir das gut machen. Der FC Thuner ist gut aufgestellt, aber man muss sich keine Sorgen machen. Wunderbar. Ich wünsche eine schöne Sendung. Wir sehen uns bald wieder, in welcher Form wie immer. Bis dann. Ciao, ciao. Besten Dank Dennis und auf dieser Stelle natürlich auch gute Besserung. Wenn man mit ihm Kontakt hatte, unmittelbar, nachdem es passiert ist, unfassbar positiv. Du bist so lange mit ihm in Cabine gewesen, tickt der Hediger einfach so. Immer geht das Positive daraus heraus. Ja, pragmatisch, positiv, rational. Andere würde man in ein Loch fallen, er sieht, nebst dem negativen. Vieles Positives. Sie hatten selber Kreuzbandverletzungen, relativ schnell mal, okay, da gibt es Möglichkeit, da kann man sich weiterentwickeln, da kann man mal durchatmen. Es ist sehr pragmatisch und es ist ein schönes Zeichen von einem Kapitän. Es ist Hilfe der Mannschaft. Es ist wirklich eine coole Geste. Ist der Hediger mehr als ein Kapitän? Ja. Ich kenne ihn persönlich, aber man gehört viel von Thun, dass er dort wirklich in den Kopf ist. Und der berühmte, verlängerte Arm vom Trainer ist, glaube ich, mehr als das. Er prägt seit Jahren die Mannschaft, den Verein. Und ja, hat der Verein sicher mit seiner Art auch weitergebracht. Du hast gesagt, den Kopf durchlüften. Für einen Spieler, man kommt mal aus diesem Hamstereckchen raus, man kann mal käffeln mit Kollegen. Das sagen immer wieder Spitzensportler verletzt sind. Was bedeutet das für einen Klub, auf Hediger zu verzichten? Nebst dem, dass es ein riesiges Loch gibt, vom Positionsspiel her, von seiner Person. Aus meiner Sicht eine riesige Chance. Ich habe gerade gedacht, was passiert ist, was ich denke kann. Aber für den FC London ist es so ein wichtiger Schritt für die Zukunft, dass dort die Lücke gefüllt werden kann, wo er nicht mehr zehn anspielen kann. Er hat, wie Philipp, gesagt, diesen Verein prägt und prägt ihn immer noch. Und jetzt ist durch einen Schicksalsschlag ein Loch entstanden, das man wieder füllen muss. Es gibt Aufgaben und Aufgaben sind wichtig für den Vereinen und die Mannschaft. Ich sehe dort viel Positives, neben dem Negativen. Natürlich, er fällt aus, das ist blöd und das ist nicht schön. Ihr Ostschritt sind die stillharte Lücken füllen? Wie wird das Spiel aussehen? Für ein Spiel ist es kein Problem. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Optionen. Auch der Stilhaar hat dort auch schon ausgefüllt. Auch der Stilhaar Und im Vereinspiel sowieso keine Diskussion, dass es ausgefüllt werden kann. Da trauen beide zu, dass man es auch bei der Tabelle ohne Käpt'n halten kann. Ja, sicher. Er nimmt ja schon so einen Einfluss auf die Mannschaft nicht mehr auf dem Platz. Dort kann der Spieler immer ersetzt werden. Aber es geht mehr um das Gesamt- und das Teamgefüge. und das ist so stabil im Tunum. Das muss man korrigieren. Aber wenn es anders ist. Aber die werden ein Bössl-Teil rausnehmen mit dem anderen ersetzen. Und das wird genau so funktionieren. Ob es bei der nächsten Partie auch so funktioniert? Das wollen wir uns jetzt auch fragen. Das L-Duell. Luzern spielt gegen Lugano. Wenn man zweimal verliert, das ist das eine. Wenn man der Weile gesagt hat, gegen Gesamachs desaströser gespielt, wenn man gegen Sio vom Schiez richtig benachteiligt wurde aus der Sicht der Zentralschweizer. Bleibt da mehr hängen? Alles wird einfach gegen Sio 1 dazu verloren. Normaler Spielverlauf? Ja, die Art und Weise ist das eine. Aber das andere natürlich auch die Resultate. Stell dir vor, du hast dich über einen Monat vorbereitet, ein bisschen mehr von fünf Wochen vorbereitet, bist du mit Ambitionen wieder in die Rückrunde hineingestartet, hast du ein paar Ziele gesetzt. Und dann startest du so, wo eben die Resultate nicht stimmen. Du spielst eigentlich ja, gegen den letzten, abgeschlagene Letzten, verlierst, gibst den neuen Wind. Dann gegen Sio, wo man eigentlich immer davon ausgehen kann, ja, Sio ist zu Hause stärker als auswärts. Ja, das gibt schon zu denken. Und ich glaube auch gewisse Unruhe wieder zu spüren in Luzern, im ganzen Umfeld und die Mannschaft herum, dass man einfach, ja, wir sind unzufrieden. Sie wissen natürlich auch, ich war jetzt Luzern nach dem Spiel, und man hat das Gefühl gehabt, Sie wissen genau, wie brutal wichtig das Spiel gegen Lugano ist. Ja, es ist wegweisend, jetzt mit zwei Spielen, zwei Niederlagen, eben, es braucht wirklich nicht viel in Luzern das Gefühl, dass es anfängt zu wackeln. Und das braucht zwei Niederlagen. Und der dritte, und eben der Trainer, von solchen Aussagen macht, die natürlich frustriert ist, aber, ja, es fehlt auch durch eine gewisse Ruhe. Und drei Niederlagen in Folge, gegen Lugano, gegen Samax, das wäre ein sehr schlechtes Zeichen, auch für die ganze Rückrunde. ist natürlich schwierig, ruhig zu bleiben, die Kapaz immer noch fleckt, der Switch immer noch verlässt, der Vargas, der jetzt gesperrt ist. Was gibt es für ein Match gegen Lugano? Das gibt, äh, zwei Mannschaften, wenn man denkt, wie heimschwach Luzern ist? Ja, das gibt, äh, ein Match, wo, wo beide Mannschaften sehr unsichere Partien gehen. Also, keiner von diesen Mannschaften ist trotz, äh, vor ein gewissem Selbstvertrauen. Und eben, die Elemente fehlen da, es ist Unruhe drin, auch im Tessin, und dann ist, äh, es ist nicht Friedenfreude Eierkuchen, davon ist man absolut auch unzufrieden mit der Situation. Und beide wissen, wenn wir verlieren heute, ja, wir wissen nicht, entweder der Punkt der Samax voll, der GC voll, oder es sollen beide Punkte. Also, der Abstand ist nicht so gross, dass man sich einfach ausruhen kann und sagen, ja, okay, gut, jetzt haben wir halt wieder verloren. Und gar nicht wahrscheinlich glücklich, als der GC noch schlechter ist. Gegen Sion haben wir den Sieg verschenkt, also er hat mir 2-1 geführt, und kurz vor Schluss hat man das Gegengol bekommen. Man ist sehr passiv in der zweiten Halbzeit, und auch hier, Goalie Diskussion, noch am Baumann, ist ja plötzlich wieder Nummer 1, das variiert dann immer wieder ein bisschen, die abgeklärtheit, die Felder, der, wer du unter bist, wo du bist. Ja, also ich habe schon selten eine Mannschaft gesehen, wo oben steht, in der Tabelle, wo so ein Goal bekommen hat. Das sind alles so Indizien, dass es einfach nicht funktioniert, dass man nur auf der Suche ist und gerade auf der Goalieposition, also, da kann man fast 2-3 Monate etwas lesen, und dann geht es um Goalieposition. Da geht es da, Baumann, Baumann, da geht es da. Ja, und es hat 8 Spiele nicht mehr gewonnen, und jetzt ein wahnsinnig leichte Programm vor der Brust, mit Luzern, mit IB, mit der FC Zürich und mit dem FC Basel. Da bist du aber auch bedient. Ja, dann weisst du jetzt wirklich, was gegen die FC Luzern geschlagen hat, also, dann musst du dort sicher auch punkten, weil, dann schauen wir vielleicht so viele Punkte raus, und wenn du so lange nicht gewonnen hast, und mit dem Programm vor der anderen, mit uns, ich bin jetzt auf der Goalieposition, die wirklich sehr wichtig ist, als Abilität, und es ist für beide Mannschaften ein wahnsinnig richtig wichtiger Match für die nächste Zeit. Das ist das benäumte 6-Punkte-Spiel, Philipp. Amen. Hä? Amen, für den auch mal zu platzieren. Das ist, es ist einfach so, es ist unglaublich wegweisend, ob du dich gegen unter orientieren möchtest oder nicht. Absolut. Also, wie gesagt, das ist auch wieder, auch im unteren Bereich, das Leistungsgefälle ist relativ gering, und es ist natürlich entscheidend, dass die Rechtbegänge auch dementsprechend für dich entscheiden kannst. Wir werden es sehen, wie es rauskommt. Benni, merci vraiment für deine Einschätzungen für deinen Besuch. Philipp, auch dir, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Kick-Off. Wird ihr natürlich noch mehr Lust hat auf Fussball, dann könnt ihr das machen, unter anderem mit dem Benni Lüthi. Du züglich jetzt in das Studio bleibst aber bei uns erhalten. Ab den 4. vor 8. redet ihr über die Challenge League, Winterthur gegen Faduz mit dem Benni Lüthi und mit dem Markus Neumeier. Das könnte ganz eine spannende Angelegenheit geben. Könnt ihr euch empfehlen, und sonst sage ich euch Merci vielmals für das Zuschauen. Für das Interesse am Teleklub ist ein anderes Mal. Machen Sie es gut. Ciao. Kick-Off wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.